Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spekulatiusbrocken. Spekulatiusbrocken, NDL, Spekulasbrocken, sind die gröbere, dunklere und meist auch geschmackvollere Ausgabe dieses auch in Deutschland erhältlichen Nikolausgebäcks. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm Weizenmehl, Type 405 1,5 Teelöffel Backpulver 2 Esslöffel niederländisches Spekulatiusgewürz 125 Gramm brauner Zucker 150 Gramm zimmerwarme Butter 1 Esslöffel Milch Salz Mandelsplitter zum Garnieren Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel Küchenmaschine mit Knethaken oder Handrührer mit Knethaken mit einer Schüssel Teigschaber Backblech ausgelegt mit Backpapier Nudelholz Frischhaltefolie Küchenwaage Zubereitung Mehl mit einer Prise Salz, niederländischem Spekulatiusgewürz und dem braunen Zucker mischen in einer Schüssel mischen. Die Butter in kleinen Stückchen zufügen. Dieses mit der Milch zu einem geschmeidigen Teig kneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und drei Stunden in den Kühlschrank legen. Den Teig zu einer circa einem Zentimeter dicken Scheibe ausrollen und so viel Mandelsplitter hineindrücken wie gewünscht. Dieses auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech legen und in 45 Minuten bei 175 Grad Celsius braun backen. Abkühlen lassen und in Brocken brechen. Lagerung Das beste Aroma für die Spekulasbrocken entwickelt sich etwa nach 6 bis 7 Wochen. Die fertigen Spekulatius sollten in einer luftdichten Dose aufbewahrt werden, einzelne Schichten mit Pergamentpapier trennen. Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!